Yo, 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 yo! Was geht ab, meine Freunde? Scheiße, wir haben am Start mit einem neuen Video. Und diesmal mit einem ganz besonderen Video, denn endlich kommt der Merch raus. Es ist soweit. Ich freu mich schon mega darauf, dass er rauskommt. Und hab echt viel Arbeit da reingeschickt. Aber nicht nur ich, auch der Sven, ein guter Kollege von mir. Grüße gehen raus an dich, Buddy. Und wann genau der Merch rauskommt, ist am 1.5. Also genau am 1. Mai. Wo du den Merch genau kaufen kannst. Das werd ich noch nicht verraten. Bleib jetzt zum Ende dran und dann wirst du auch alles genau erfahren. Eigentlich sollte der Merch schon letzten Sommer rauskommen. Das Problem war aber nur, ich hatte keine vernünftigen Designs und auch keinen Anbieter. Und damit hab ich mir lieber Zeit gelassen. Denn mein Ziel ist es, dass mir die Sachen sehr gut gefallen, dass euch die Sachen gut gefallen. Und dass es das Geld wert ist. Denn ich hab keine Lust, mir einfach von irgendeinem Billiganbieter irgendwelche Ware herstellen zu lassen. Und im Endeffekt hat keiner von uns da was. Mir war es wichtig, dass ich die Sachen selbst anziehe. Ich hab den Merch für mich gemacht, weil ich die Sachen feier und Bock drauf hab, mein Staff anzuziehen. Und weil ich dann von euch nicht so oft gefragt worden bin, ob ich nicht Merch machen kann, geb ich den einfach für jeden frei und arbeite mit der Firma zusammen, damit ihr die Sachen quasi auch kaufen könnt. Und genau deswegen hab ich mir lieber zu viel Zeit gelassen, als zu wenig. Denn hauptsache die Sachen werden vernünftig. Und jetzt sind echt coole Sachen dabei rausgekommen. Ich freu mich mega darauf, wenn die endlich released werden. Und ich werd noch keine Bilder zeigen, das kommt alles. Wartet noch ein paar Wochen ab, dann wird das alles ganz genau released. Designs sind in meinen Augen sehr, sehr cool geworden. Mir gefällt das echt gut. Ich hab natürlich Sven sehr viel Arbeit reingesteckt. Und deswegen hab ich ihn auch eben gegrüßt. Grüße ihn noch nochmal raus an dich, Buddy. Danke für deine Hilfe ohne dich. Da ist ich wahrscheinlich jetzt noch da dran. Deswegen danke, danke. Aber ich wär ja nicht ein, wenn ich einfach so Sachen verkaufen würde. Das ist einfach gar nicht mein Ding. Wenn, muss das immer was Besonderes sein. Ihr wisst genau, was ich meine. Deswegen hab ich mir auch hier was Besonderes einfallen lassen. Was genau, kommt sofort. Bleib dran. Denn meiner Meinung nach ist das Ganze wie folgt. Die Personen, die sich schon ganz am Anfang Klamotten kaufen von mir, sind die Personen in meinen Augen, die mich am meisten unterstützen möchten. Die Sachen von mir feiern, die vielleicht mich feiern, meine Videos feiern und alles drum dran. Das sind die Supporter in meinen Augen. Und das sind den Leuten, denen ich auf jeden Fall was zurückgeben möchte. Und deswegen hab ich mir da was Besonderes einfallen lassen. Und zwar für die ersten 50 Bestellungen, habe ich gedacht, komm, greifst du mal in die Tasche und gibst den Leuten einfach wieder was zurück. Denn ihr wisst ganz genau, wie das ist. Man kann nie oft genug Danke sagen. Und deswegen werden die ersten 300 Bestellungen Autogrammkarten von mir unterzeichnet bekommen. Puh, langweilig, weiß ich auch. Deswegen hab ich mir da auch noch mehr einfallen lassen, weil das ist ein bisschen öde und ein bisschen eiferslos, find ich auch. Und deswegen hab ich mir noch viel, viel coolere Sachen einfallen lassen. Und zwar hab ich mir gedacht, hey, ich pack den Leuten einfach noch ein, zwei Sticker oben drauf aus meiner Tasche. Kostet ja gar nichts, ne? Kostet ja fast gar nichts, wie es so schön heißt. Aber das soll alles gewesen sein? Bestimmt nicht. Nein, ich hab mir nämlich noch gedacht, ich schreibe für die Leute, die wirklich hartes Supporter sind, nur einen kleinen Dankesbrief. Das ist auch nicht so auf die lustige Schiene, sondern ich mach das wirklich ernst. Ich werd mich bei den Leuten quasi bedanken. Und einfach, ihr kennt das Ganze. Man kann nie oft genug Danke sagen in meinen Augen. Und der wird auch handgeschrieben sein. Ich werd mir da was einfallen lassen, so über so eine halbe Seite. Wirklich vom Herzen auch. Um nochmal Danke zu sagen. Persönlich. Weil das aber auch ein bisschen öde wär, was wenn man mit so einem gedöhnt, so einem dummen Brief und nur ein, zwei Sticker hat man auch nicht viel von. Dann hab ich mir noch überlegt, was wirklich Sinnvolles zu machen. Und zwar werde ich bei den ersten 50 Bestellungen, und zwar bei jeder von den ersten 50 Bestellungen, eine selbstgemachte Leinwand dazulegen. Und zwar von mir selbst gemacht. Die ganze Leinwand ist nicht riesengroß. Die ist nur 9x9cm, aber dabei, ich hab so eine kleine Staffelei. Und das ist so ein Gedöns quasi, wo man die Leinwand draufstellt. Das benutzen auch viele Künstler, damit ihr euch vorstellen könnt, was ich genau meine. Und die werde ich selbst anfertigen. Ich werde natürlich alle Leinwände ähnlich machen. Circa gleich, aber doch ist jede individuell. Und jede wird von mir mit einer Nummer signiert. Und zwar von 1 bis 50. Das heißt, ihr wisst auch im Nachhinein noch, welche Nummer ihr habt. Und könnt somit auch nach meinen 10 Jahren sagen, hey guck mal, ich war einer der ersten 39, ich war einer der ersten, der den Schein supportet hat, der mit von Anfang am Start war. Und das nochmal so als kleines Dankeschön für euch. Ich werde mir natürlich Mühe mit den Leinwänden geben, dass sie cool aussehen. Macht euch aber nicht zu viele Hoffnung. Die Leinwände sind 9x9, da kommt auch kein heftig großes Graffiti drauf. Geht halt nicht, ist die Leinwand zu klein für. Aber trotzdem habe ich das alles aus meiner eigenen Tasche bezahlt. Werde auch die Dosen und alles drum und dran aus meiner eigenen Tasche bezahlen. Einfach nur um Danke zu sagen. Das ist für mich so das Mindeste. Denn es wäre für mich einfach zu unkreativ, einfach nur Sachen zu verkaufen. Und deswegen dachte ich, haust du oben nochmal was Schönes drauf. So, ich will euch nur von vornherein sagen, Leute, denkt dran, dass 50 Bestellungen sehr schnell wechseln werden. Schaut euch mal das Video von mir an, wo ich mit dem Merch geredet habe. Das war das Video, wo ich die Tags auf die Leinwand gemacht habe. Ich verlinke das einfach mal hier oben rechts. Da haben sehr, sehr viele Leute schon gesagt, dass sie die Merch kaufen wollen. Und ich werde sehr oft bei Instagram, bei Facebook oder sonst irgendwo danach gefragt, auch unter meinen Videos. Das heißt, ich will euch nur sagen, nicht, dass ihr sofort zuschlagen sollt, aber dass die ersten 50 Bestellungen sehr schnell wechseln werden. Und somit sind gleiche Bedingungen für alle da. Ich kann leider nicht mehr machen, dafür ist kein Geld da. Ich hoffe mal, dass jeder, der eine Leinwand will, auch eine bekommt. Das würde mich sehr freuen und ich hoffe, die Sachen gefallen euch, Leute. Mir gefallen sie auf jeden Fall. Ich werde sie auch in der Sommertour tragen und werde sofort, wenn ich Sachen hier habe, werde ich sie sofort anziehen. Deswegen freue ich mich schon mega darauf. Wie gesagt, ich hoffe, die Sachen gefallen. Und ich denke dran, dass mir den Preis auch nicht alles ändern kann. Ich stelle die Sachen ja nicht her, sondern ich habe nur die Designs geliefert. Und deswegen tut es mir leid, wenn es für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen teuer sein soll, aber es sind normale Preise, in meinen Augen ist noch mal ein bisschen was verglichen. Und ich hoffe, wie gerade die Sachen gefallen hat. Ich finde die mega geil. Und wenn sie euch nicht gefallen, ich werde sie trotzdem anziehen, dann finde ich sie geil. Und wollte damit einfach nochmal Dankeschön sagen. Danke für jeden, der mich supportet. Ich hoffe mal, ihr könnt auch einfach Bilder hochladen auf Snapchat, Instagram, Facebook. Wenn ihr ein Merch habt, haut das auf jeden Fall raus. Habe ich mega Bock drauf. Ich werde auch schauen, dass ich dann Bilder selbst hochlade, also reposte. Einfach in meiner Story oder so, weil ich es einfach so geil finde. Und gerne könnt ihr auch zeigen, dass ihr eine der ersten 50 Bestellungen bekommen habt. Das würde ich auch mega feiern, damit man gucken kann, hey, wer war am Start. Ich hoffe mal, die ganzen Sachen gefallen euch. Und genau aus dem Grund habe ich auch im Hintergrund ein Merch-Sketch gemacht. Für Merchandise, für die Sachen. Ich hoffe mal, der gefällt dir. Lass mir mal deine ehrliche auf meine Meinung da. Ich will mich hier nicht als gut darstellen oder sonstige Sachen. Aber ich finde, was mir wichtig ist, dass man langsam sieht, dass da Veränderungen reinkommt. Wenn man die Videos vor genau einem Jahr anguckt und jetzt, sieht man, da hat sich was gewandelt. Leider nur sehr langsam, aber man sieht, es hat sich was verändert. Und das finde ich gut so. Ich werde weiter an mir arbeiten und weiter am Style und weiter an allen Dingen, wo ich noch was verbessern kann. Das heißt überall. Aber lass mir doch mal eine ehrliche Aufmerksamkeit und eine Bewertung da. Deine Meinung. Schreib das mal unten in die Kommentare, würde ich mich drüber freuen. Ja Leute, und was ich schon mal angekündigt habe, ist, dass ich ein kleines 15.000 Abonnenten Spezial machen möchte. Nichts Großes, kein heftiges Video, kein Kino-Reifer-Streifen. Sondern ich habe mir das einfach so überlegt, bei 15.000 Abonnenten einen Stream zu machen, wo wir es ganz besonders drin machen. Zwar nicht dieses Schein-Sack-Spiel, sondern da gibt es eine kleine Überraschung. Was genau, will ich noch nicht verraten. Ich habe mir keine Idee snackt, aber glaubt mir, ich habe mir da was vorbereitet. Was wahrscheinlich viele Leute schon kennenlernen, aber ich werde es zu 100%. Ihr werdet es feiern, wette ich drauf. Ich weiß es ganz genau. Ich kenne euch kleine Stabila mittlerweile. Deswegen, denkt dran, wenn es soweit ist, werde ich auf jeden Fall noch Bescheid sagen, aber wenn ihr es einfach mal im Hinterkopf habt. Yo. Und ansonsten, schaut doch einfach mal sonntags um 18.00 Uhr im Livestream vorbei. Momentan spielen wir Schein-Sackt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Die einen oder anderen werden es kennen. Das macht auf jeden Fall mega Bock. Wir machen das Ganze so, dass ich während des Streams die Farben vorgebe, das Wort vorgebe und alles weitere vorgebe. Aber da jeder seinen eigenen Style hat, sehen die Bilder im Endeffekt doch ganz anders aus. Und das ist das Coole. Jedes Bild ist individuell, denn jeder hat seinen anderen Style. Der eine hat lange und hat einen heftigen Style. Der eine hat kurz und hat auch nicht so einen ausgeprägten Style. Das ist nicht schlimm, aber es sind alles die gleichen Farben und das ist so das Gemeinsame. Und das finde ich mega cool. Wenn ihr die Bilder mal sehen wollt, schaut auf Instagram vorbei und sind Hashtags Shine12Crew und Hashtag IchTarZahnDuscherN. Und jetzt kommen wir zum Podcast. Viele fragen schon, hey Digga, wie sieht das so aus? Wann kommt der Podcast? Und einer hat mir auch ziemlich frech in die Kommentare geschrieben, was ist nett, wenn ein Frechern wäre, das aber noch nicht draußen ist. Meine Meinung ist da so, wie bei dem Merch, wacht dich lieber ein bisschen länger und hau die Sachen raus. Und sie sind vernünftig. Anstatt frühzeitig Sachen rauszuholen, die sind einfach scheiße. Das ist nicht meine Einstellung, Leute. Wenn ich was rauszuholen möchte, dann soll das auch vernünftig sein. Und erst recht der Podcast fällt, also wenn man Geld bezahlt, möchte ich, dass einfach Ast rein ist. Dass es einfach 100% stimmt und sein Geld auch wert ist. Das heißt, wenn das Ganze mal ein bisschen dauert, schüttt euer Herz einfach. Das kommt noch. Irgendwann demnächst hau ich den auch raus, dann werdet ihr auch benachrichtigt. Aber Hauptsache die Sachen werden gut. Und ich kann euch jetzt schon sagen, dass die erste Story absolut heftig ist. Mir gefällt die mega gut. Ich habe mir echt viel Mühe dafür gegeben. Werde euch vorher aber mal eine kleine Soundprobe geben. Damit ihr nämlich einfach reinhören könnt. Und gucken könnt, ist das was für mich oder ist es eben nichts für mich. Wenn nicht, kein Ding. Wie gesagt, wirklich, macht gar nichts aus. Finde ich gar nicht schlimm. Das Video geht mittlerweile so lange. Aber wenn ihr Schlingel immer noch nicht genug habt, schaut da mal auf Facebook vorbei. Da fange ich auch wieder aktiv mit der Seite an. Ja, ich weiß, hat lange gedauert. Aber da bin ich auch wieder aktiv und probiere viel Content und auch guten Content zu posten. Deswegen schaut da mal vorbei. Und zwar unterscheiden 12 Graffiti. Ja Leute, und das war's. Ich habe einen ganz kompletten neuen, anderen Stil probiert, das Video hier zu machen. Und zwar nämlich einfach mehr Stichpunkte mache und dann dazu frei rede. Und genauso wie das letzte Video, wo ich in Essen war, habe ich das Ganze zwar monetarisiert, aber nicht übertrieben mit der Monetarisierung wie ganz andere YouTuber. Ihr kennt das Ganze. Ich muss euch das nicht erklären. Aber damit will ich euch einfach nur zeigen, dass es mir nicht darum geht, die Videos zu strecken, so wie in diesem Video. Sondern einfach mal was Neues ausprobieren und eure Rückmeldung davon wahrzunehmen und dann zu gucken, hey, wie sieht das Ganze aus? Habt ihr Bock drauf, hab ich Bock drauf? Und dann das Beste draus zu machen. Deswegen lasst mir auch für dieses Video mal einen Kommentar da. Fände ich super, super cool. Auch wie euch diese Stil-Methode gefällt, einfach frei mit euch zu reden. Oder sagst du, hey, nee, Digger, geht gar nicht klar. Mach lieber so wie vorher. Dann schreibt mir das auch mal in die Kommentare, damit ich einfach Bescheid weiß und eine coole Rückmeldung bekomme. Das war's dazu. Vergesst nicht die Deutschland-Tour, da hab ich nämlich mega Bock drauf. Die wird 100% kommen. Und jede Spende, die im Stream gespendet wird, wie gesagt, geht in die Deutschland-Tour rein. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe mal, der Sketch hat euch gefallen. Ich hab das Video euch gefallen. Ich hoffe mal, ihr freut euch genauso krass wie ich auf den Merch. Danke fürs Zuschauen. Danke für euren Support. Und wenn ihr den Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, würde ich mich über ein Abo freuen. Und ich sag, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Nö. Erster, fünfter. Erster, fünfter. Erster, fünfter. Erster, fünfter. Vielen Dank.